Nachdem es am Morgen zu einer Explosion in einer koptischen Kirche im nordägyptischen Tanta gekommen war, hat es in Alexandria eine zweite Explosion gegeben. Auch dieses Mal war das Ziel eine Kirche. Es gibt mehrere Tote und viele Verletzte. Das ägyptische Staatsfernsehen spricht von einem Selbstmordattentäter, der sich unweit der St. Markus-Kathedrale in die Luft gesprengt hat.